Im Oktober lud der Wien Tourismus 60 Journalistinnen und Journalisten aus 18 Ländern zur Vienna Story Stage nach Wien. Unter dem Motto Shaping a Destination, was macht Wien einzigartig, diskutierten sie im Odeon Theater mit Design-Expertin Lili Hollein, Star-Koch Konstantin Filippo, Kurator Jasper Scharp, Sängerin Conchita und Tourismus-Direktor Norbert Kettner. Bei individuellen Touren erlebten sie die Stadt aus neuer Perspektive, zum Beispiel am Velo, dem Faltrad aus Wien oder bei der Gugumuck Schneckenfarm.